Wir sind hier am Kallberg. Dein Lieblingsplatz hier in der Umgebung. Ja, also eigentlich zählt der Kallberg und auch die Gegend hier schon ganz lange zu meinem Lieblingsgegend. Ich komme aus der Nähe. Wie wichtig ist dir der Teamgedanke? Sagst du, hey, ich kann mich da auf meine Sparkassenkollegen voll und ganz verlassen, ich kann immer auf die zugehen oder bist du so eine kleine Einzelkämpferin? Nee, überhaupt nicht. Also für mich ist Networking und Team und das Gesamthaus alles. Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen platt an für unsere Sparkassler, weil das ist unsere Sparkassenwelt, in der wir leben. Aber für mich, ich lebe das jeden Tag. Ich gehe jeden Tag mit jemand anderem im Mittag und versuche meine Verbindungen aufrecht zu erhalten, weil ich glaube, dass uns das auszeichnet. Wir haben ganz kurze Kommunikationswege. Wenn ich Hilfe brauche, weiß ich genau, wen ich anrufen muss. Und das ist auch eigentlich das Besondere an meinem Studium, dass ich durch alle Abteilungen eigentlich durchgehen kann und dadurch Verbindungen habe, das gibt es. Wenn ich die Firma wechseln würde, gäbe es das nicht. Und das zeichnet uns schon aus. Du sprichst ein Studium an. Warum ist es so interessant? Mal über den Tellerrand hinaus zu schauen und nicht immer nur zu denken, meine Filiale, meine kleine Welt, sondern zu sagen, ich arbeite hier zusammen, ich funktioniere mit verschiedenen Bereichen zusammen. Und warum ich es noch empfehlen würde, ist, wenn jemand noch gar nicht bei der Sparkasse ist, weil man einfach hier auch Verbindungen in ganz Regensburg schaffen kann. Und das Studium im Speziellen würde ich deswegen auch noch empfehlen, weil es diesen akademischen Grad mit einer Berufserfahrung kombiniert. Das, glaube ich, gibt es sonst nirgends.